Musik Mama, spielst du mit uns? Ich würde ja gerne, aber ich muss leider noch Staub saugen. Das ist kein Problem. Wir spielen Vater, Mutter, Kind. Ich bin die Mutter, ich bin der Vater und du bist das Kind. Oh, ich bin das Kind? Ja, und ich staubsauge jetzt, denn ich bin ja die Mama. Ja, das finde ich gut. Oh, Anna, das kannst du aber gut. Ja, ich bin ja auch die Mama. Papa, du kannst auch mitspielen. Du bist auch ein Kind. Ein Kind? Okay, ja gut, dann kann ich ja jetzt was spielen. Ja, ich möchte auch was spielen. Nein, das geht nicht. Ihr dürft erst spielen, wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Hausaufgaben? Ich will jetzt aber keine Hausaufgaben machen. Ich will jetzt spielen. Oh nein, ich auch nicht. Das muss aber sein, Lernen ist wichtig. Da verstehe ich gar keinen Spaß. Ihr müsst hier diese Aufgaben machen. Ach, als Kind hat man's auch nicht immer leicht. So, ich bin schon fertig. Dann schau ich mal, ob du alles richtig gemacht hast. Was hast du denn da geschrieben? Das kann ja kein Mensch lesen. Hm, also nein, so geht das nicht. Das musst du noch mal etwas schöner schreiben. Was? Nochmal? Oh nein. Doch, doch, keine Widerrede. Fertig. Gut. Aber jetzt dürfen wir machen, was wir wollen, oder? Wir könnten ja mal wieder Uno spielen. Oder Memory? Ihr solltet mal noch ein wenig in den Garten gehen. Hm. Ihr wart heute noch gar nicht draußen. Und frische Luft ist gut. Es regnet aber. Das macht doch nichts. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Was soll ich denn anziehen, Mama? Auf jeden Fall eine Mütze und einen Schal. Puh, das ist ein ganz schön ungemütliches Wetter heute. Wir müssen jetzt Abendessen machen. Hilfst du mir? Ja, mach ich. Puh, die Kinder lassen alles herumliegen. Und ich muss es aufräumen. Am besten wir essen jetzt Brot und schauen mal, was wir so im Kühlschrank haben. Ist gut. Ach, was sollen wir denn bei diesem Wetter draußen machen? Wir wollen wieder rein. Ihr wart doch erst zwei Minuten draußen. Wir rufen euch, wenn das Essen fertig ist. Mann, das Wetter wird ja immer schlimmer. Jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Na, hoffentlich ist das Abendessen bald fertig. Rotbutter, Käse und Joghurt. Und hier ist das Geschirr. Es gibt Abendessen. Kommt bitte rein. Was gibt es denn zu essen? Das werdet ihr gleich sehen. Hm, ich habe schon Hunger. Aber erst die Hände waschen mit Seife. Muss das sein? Ja, natürlich. Ihr wart doch draußen. Super, dass wir auch mal an einem gedeckten Tisch sitzen dürfen. Ja, so ein Rollenspiel ist gar nicht schlecht. Guten Appetit. Guten Appetit. Gibt es denn nur Käse? Ich mag doch keinen Käse. Ja, dann isch doch ein Butterbrot. Ich will aber lieber Kuchen. Es gibt jetzt keinen Kuchen. Du kannst doch nicht nur Süßes essen. Du musst auch mal was Gesundes essen. Wenn du magst, kannst du diesen Fisch essen. Das ist auch gesund. Okay. Ich bin satt. Danke, das war lecker. Dann bekommt ihr jetzt noch einen Nachtisch. Hm, danke. Und jetzt ist Zeit fürs Bett. Aber zuerst Zähneputzen. Ich will aber noch nicht. Das ist mir jetzt noch viel zu früh. Ich will jetzt noch nicht schlafen. Ich will aber keine Zähneputzen. Ich lege mich lieber gleich ins Bett. Nein, das geht nicht. Zähneputzen muss sein. Ab ins Bad. Und dann ins Bett. Oh, schade. Aber so geht das nicht. Du musst gründlich putzen, Kind. Sonst bekommst du Karies. Du musst schön den Spruch aufsagen. Hin und her, hin und her. Zähneputzen ist nicht schwer. Rundherum, rundherum. Zähneputzen ist nicht dumm. Gute Nacht. Ich mache das Licht aus. Ich habe aber noch Durst. Na gut, dann hole ich dir noch Wasser. Du musst dich jetzt umziehen. Ich will aber nicht. Es ist aber allerhöchste Zeit. Es ist schon spät und du musst jetzt ins Bett. Ich muss aber noch ganz dringend für morgen ein Bild fertig malen. Nein, das kannst du morgen machen. Hier noch etwas zu trinken. Danke, Papa. Schlaf gut. So, endlich. Gute Nacht. Mein Teddy. Mir fehlt noch mein Teddy. Wo hast du ihn denn? Ich weiß nicht, aber ohne Teddy kann ich nicht einschlafen. Oh, Kind. Ah, zum Glück ist er gleich hier. Jetzt aber gute Nacht. Gute Nacht. Die zwei sind ganz schön anstrengend. Und ihr ganz schön streng. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Außerdem sind hier noch drei andere Videos für euch. Da könnt ihr euch eins aussuchen und gleich weiterschauen. Bis bald. Tschüss.